Warte, 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 bleib noch kurz stehen, bleib noch kurz stehen. Ich bin dumm. Warum hast du? Ich bin im Wasser. Wo gammelt Jan rum? Hoffentlich nirgendwo. Doch, hier. Hier sind die beiden. Wo bist du? Ich stehe jetzt neben Jan. Kubi läuft grad sonst wohin. Ich find's immer heftig, wenn Leute an mir vorbeilaufen. Bist'n du jetzt. Ah, ich see, I see what they did there. Oder? Steht's noch? Steht's noch? Ah, nö. Steht noch. Die sprengen hier mit TNT. Ja. Sollen sie ruhig machen. Can haut mich. Ich hab Can gehauen. Ja? Ja. Ich bin unsichtbar. Ich hau grad mal ab, ne? Mach das. Alter, der soll aufhören damit. Ich schleiche hier unten. Oh, geil. Ich kann voll verdreifen. Irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Irgendwas aus den Kisten nehmen, was sie wiederfinden. Oder führ die zu den Dias. Und sag so, schaut mal, was ich gefunden hab. Ich bin grad unter Wasser. Ey, soll ich kurz schreiben, Can, ey, in deinem Haus steht ein Skeleton. Ich tue es einfach mal. Ah, ich hab Pfeile im Körper. Deswegen sehen die mich. Nee, ich hab ne Rüstung an. Lol. Ruten Pfeil. Ähm, sieht man den Pfeiler verschweben, oder was? Ja, ja. Ah, die Rüstung hat man gesehen. Voll doof. Egal, ich bin jetzt acht Minuten unsichtbar. Sobald ich einen, ähm, einen von denen hab, in, äh, in der schlechten Verfassung, die sprengen die Brücke selber in die Luft gerade. Weil ich bin unsichtbar. Lol. Pfff, die killen sich einfach gegenseitig. Die sind einfach zu dumm zum Scheißen. Die Brücke ist wieder aufgepoppt. Ah, ich hab ihm gesagt, dass er in seinem Haus aner ist, oder? Was machen die da bitte? Das war ich. Ach so, das warst du. Wie fies. So, wie lang bin ich noch unsichtbar. Drei Minuten, fuck. Alex, man sieht dich. Du hast die Rüstung an. Oh, fuck. Man sah mich. Aber die haben mich nicht gesehen. Die sind zu blöd. Die sind einfach zu blöd zum Scheißen. Äh, woher wusstest du, dass man mich sieht? Weil du durch deine Rüstung gesehen hast. Nee, wo bist du gewesen? Dass du mich gesehen hast, meinte ich. Wuhu. Egal, Pummi getötet. Ist mir egal. Ähm, was hast du alles dabei? Ein Diamantschwert. Das will ich aber auch wieder haben. Aber das war scheiße, also. Äh, warst du überhaupt verzaubert? Nee. Also war es einfach nur ein, einfaches Diamantschwert. Ich bin aber noch auf den Sack gegangen. Warte, ich ne, ich ne, ich nehm mal, ich nehm mal einen, ähm, einen, einen Gift, äh, werfbaren Gifttrank mit, okay? Oh, weißt du, was fies wär? Ja. Du gehst so zu denen, ich geh oberhalb der Brücke, über die Brücke, also, vom, übers Dach der Brücke. Ja. Nimm instant Schadenstränke. Werfbar. Hast du die dabei? Nee, 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 ich nehm die mit. Äh, du sagst so denen, ey, ich will mal ein Dierschwert wieder, sonst trifft euch der Zorn Gottes. Und dann so soll ich also vor, vorgeschmack geben. Und dann schmeiß ich die einfach volle Kalle mit den Tränken ab und die sterben einfach. Das wär so mega nice. Das wär so voll der Über-Troll. Natürlich, die würden sofort sagen, ach, das ist bestimmt da, Alex, das schmeißt du nur wieder mit Gifttränken, aber hey, das kann man gut verkaufen, weil es Zorn Gottes. Und ich zieh jetzt meine Rüstung an, die ich gefunden hab. Uh, ich bin ein Geist. Wieso bist du jetzt, äh, weggegangen? Warum? Weil ich hab das erfüllt, was ich machen wollte. Ich hab natürlich noch Zeug in der Kiste. Okay, ja gut, wir haben... Wir haben das Zeug zurückgegeben. Was machen die da bitte für einen Scheiß? Lol. Vor allem, Jan soll bitte sein Schwert einfach nur Jans nennen, nicht Jans Eisenschwert. Das wär mir total deppert. Wir wissen nichts, sofort, sobald's einen doofen Namen hat, wie Jans. Das ist definitiv Jansans. Hat er es Jans Eisenschwert genannt, damit es dann dasteht, oder einfach nur Iron Sword? Nee, dann wird's ja nur Iron... Sonst wird er dastehen, dass du gekillt wurdest von Person X, Z. Mit nem Eisenschwert halt. Da steht doch, dass diese Person mit nem Eisenschwert gekillt wurde. Ja, von dem mit Jans Eisenschwert. Äh, wir sagen denen das mit Diamanten nicht, okay? Das soll dir schon selbst... Wir sollen da selbst drauf kommen. Gut. Da sind wir jetzt einfach penetrant. Penistrant. Und ich bin dafür, dass wir hier unten ein Häuschen hinbauen. Wo hier unten? So, hier so, damit wir einfach n schön gescheiten Ding haben, dass man geschützt ist eben vor den... Projekt... Skeletten. Vor den Skeletten, genau. Weil ich hab grad ziemlich zufällig grad ein paar Steinziegel. Ja, wenn du willst, kannst du ja nen Eingang, äh, so ein kleines, einfach so ein Häuschen machen, wo dann halt das Wasser dann direkt rein, äh, reingeht. Ich baue jetzt einfach ne Schutzmauer. Punkt. Alter, Can! Du kennst doch Can, dem ist das scheißegal. Bei dem hilft nur Hammer und Meißel direkt in den Kopf. So, meine Damen und Herren. Nein, ich hab leider keine Spitzhacke, aber ich hab Porzellansternchen? Was denn das für ein Blümchen? Was für ein Ding hast du? Hm? Porzellansternchen. Ich hab ihn mit nem Giftrank beworfen. Er hat's verdient. Ja, ich nehm grad noch extra Pfeil und Bogen mit, ähm, mal Ausrüstung. Pfeil. Da haben wir mal vier Pfeile mit. Can wurde getötet von, ja gut, dann ist egal. Siehst du da? Dann ist unwichtig. Moment, der Zombie sieht aus wie Hitler. Der Zombie sieht aus wie Hitler. Ach, Boot gemacht. Essen brauch ich noch. Na, ich nehm mich diesmal weniger mit. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ich werd wahrscheinlich gleich sterben, wenn ich doof bin. Fuck, ich sterbe. Fuck, fuck, fuck. Alter, sind das viele. Balla sie! Hilfe! Ich sterbe! Scheiße, ich sterbe! Na gut, ich hab nicht so viel Zeug, also ich bin glücklich. Okay, ich kann sie killen. Mach das. Jetzt hast du kein Schwert dabei gehabt. Weil ich unsichtbar war. Das waren immer unsichtbare Zeugs, ich hab da immer kein Zeug dabei, weil sonst geht's nur verloren. So. Hast du mein Zeug aufgesammelt, das kleine bisschen Restzeug? Ne, ich bin einfach losgelaufen. Ich will mein Diamantschwert wieder haben. Das scheiß Teil. Sollen wir was machen mit diesem, dass ich hinterher komme mit Unsichtbarkeitsdrang und Werfbanddrang des Schadens? Wenn er Stress macht, dann nehme ich meine Dia-Rüstung mit und Slay ihn so nieder. Dann nehme ich einen Unsichtbarkeitsdrang hin, geh hin mit der Diamant-Rüstung. Ne, geh hin, geh zur Endertest. Doch, ich komm trotzdem mit. Und ich hab... Ne, ich nehme den immer noch. Du hast nix zu tun. Direkt aus der Küste. Ich hab nix zu tun, genau. Vor allem hast du nix zu tun. Ich hab vor allem nix zu tun. Werfbanddrang der Schwäche, glaube ich, brauche ich nicht. Ich hab auch mal überlegt, ob ich, ähm, ob ich, ähm, das Spad von, von einem von denen einfach in, ähm, in Obsidianput, äh, tunke. Mh, und dann das zu, äh, dann, dann töte ich halt den einen. Ich brauche noch Essen, 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 Essen. Nehmen wir mal Hühnchen mit. Boah, das dauert mir zu lang, hier lang zu laufen. Und jetzt zeige ich außerdem auch ein Schwert dabei. Nein, Brötchen ist kaputt gegangen. Das einzige Problem, was ich jetzt, jetzt erst sehe. Ich nehm mal lieber noch, äh, ich mach das, ich fix das mal schnell. Du kannst jetzt nicht mal runterhüpfen. Ja, stimmt. Außer, das hab ich zu spät gemerkt, als ich runterspringen wollte. Du bist ja eben gestorben, war ein Fallschaden. Nein, ich bin klug gewesen und hab zu früh genug abgebremst. Okay. Wie, die einzige Möglichkeit, wenn man jetzt einfach schnell möglich runterkommt, ohne dass man irgendwie... stirbt, ist halt ein Ding drinbleiben, immer wieder reinzugehen. Nein, eigentlich. Oh, schönes Schwert. Ich hab grad voll den Power-Schub gekriegt von dem Creeper. Er ist explodiert und ich hab voll den Schub gekriegt. Mhm. Geil. Um 30 ist fertig, dann macht Tiberius dann aus. Okay. Wir haben noch drei Minuten Zeit hier schabernackt zu machen. Macht er wirklich Punkt 30 aus? Ich denk mal schon. Ja. Vielleicht überzüttel auf. Ja, er könnte konsequent sein, also wahrscheinlich. Find ich gut. Ah, ich muss das... Muss man Dias schwer woanders hinlegen, dass ich jetzt dabei hab extra. Ja, genau. Wie viel Dias hast du eigentlich von denen geklaut gehabt? Das heißt geklaut, ähm... Mit... Mitgehen lassen haben. Was? Wie viel Dias hast du eigentlich mitgenommen? Habt? Von denen? 53, gell? Das waren die Standardanzahl eben. 53, ne? So viel hatten die eben. Ja. Na gut, dann ist alles in Ordnung. Ich hab nicht genug Essen mitgenommen. Ich bin nämlich wieder falsch gelaufen. Ah. Ja siehste, zwei Minuten. Ja, Tiberius ist sogar... Dann lass ich das mit dem... Äh... Ich komm nochmal mit. Und... Tu ein bisschen... Nee, bau... Wenn ich baue einfach, ähm... Fang schon mal ein wenig an zu bauen von, äh... Vom... Vom Erddings. Oder sortier noch ein paar Kiste oder irgendwie sowas. Könnte jetzt eh nichts mehr machen. So. Das kann man als... Tempel... Des Schutzes ansehen. Ich bin jetzt wieder bei denen, aber ich brauch Essen. Hoffentlich hat Kubi irgendwas zu essen, weiß ich. Ja, gebratnes Wünnchen ist 100% von mir. Hallo. Du bist zu früh dran. Gib mir mal mein Zeug wieder. Ich hab dein Zeug nicht. Ja, wo liegt denn das? Was war das denn für überhaupt für ein Zeug? Ja, Diamantzeug und so ein Kack. Was denn für ein Diamantzeug? Das, was bei euch im Beet liegt. Oder gelegen ist. Ja, ich hab dich mit... mit nem Schwert geschlagen. Da war halt danach... Niko. Ja, ich wollte das Zeug halt holen, aber mich verfolgt ne Spinne. Ich mach grad hier... Ich mach grad hier... Spinne Racing. Hey! Lass mich! Nein! Spinne, geh weg! Warum greifst du mich nicht an? Geh zu ihm rüber. Die killt dich jetzt halt einfach. Scheiße, die Spinne. So. Bist ein Mongo, weißt du? Mach der ja extra nicht genau. Warum geht denn die eigentlich nicht auf dich hier? Ja, wir hatten dann mein Zeug. Also siehste, Gerechtigkeit hier. Das Skelett geht gegen dich. Ich bin halt da. Ich box dich weg. Na, Kampf hier, komm. Eins gegen eins. LOL! Oh mein Gott, das war supi! LOL! Ja, das war gut. Ihr müsst wissen, da kommt direkt ein Monster auf mich zu. Dann wüsst du nächstes Mal. Tschüss! Tschüss! AHHHHH!